Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge WobeCraft. Mit dabei der Sohn hinter mir. Ja, aber Hallöchen. Hast du gerade auf mich geschossen? Warte, nein, das kann gar nicht sein. Ne, 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 ne. Ich, das würde ich niemals machen. Was denkst du nur von mir? Ist da schon Gegner vor uns? Ja. Ohne Schwachsinn. Ich habe hier gerade eine volle Preiszeit in den reingejagt. Der lebt immer noch. Immer fast kaputt. Ah, komm. Der war auch letzte Runde dabei, ne? Ich glaube, ja. Ah, komm. Ich brauche ein bisschen was. Ja, komm. Komm, hin oder her. Oh Gott, oh Gott, schon wieder Doppelschrotkennen. Ich bin kaputt. Ich versuche irgendwie dir zu helfen. Schade. Sei es auch bloß nicht. Au, au. Oh nein, 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 nein. Ich bin kaputt. Du musst glaube ich auch, die habe ich kaputt. Tja, ich sage mal, die spielen mit mir Wuchsball. Irgendwie bringen meine ganzen... Geschütze gar nichts. Danke. Und bei mir habe ich jetzt auch das Gefühl. Ich glaube, ich brauche links und rechts jeweils eine fette Goliath-Artillerie, um was ausrichten zu können. Wenn ich ja schaue, ich habe vor der Breitseite reingehakt und ich habe so gut wie kaum Schaden angerichtet. Aber das sind vielleicht die, ich sage es mal, die Schilde irgendwie besser geworden. Oh Gott, ob ich gut finde, verschwinde. Nö, jetzt kommt. Ach, komm schon. Es geht so weiter. Dreibeinig geschrotkennen hat auch was. Ich habe gerade mal 300 Schaden an. Ah, nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein... Nein, 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 nein. Das ist richtig lächerlich. Da steht da, er kämpft da und er kennt mich. Egal, ich muss meinen Roboter umbauen. Mache das, mache das. Ich mache gerade hier Gruppenkuschen mit den anderen. so in der mitte gehen drei leute ich warte etwas angehe ich das einnehmen macht es macht es wir kommen alle graben hier schon mal einnehmen machen wir denken zu lange ab ich will nicht sagen aber das sind alles volltreffend ich brauche definitiv heilung 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 ich glaube ich helfe mal den vorderen punkt kurz so billy boy du bist hier oben so wie es ausschaut ich komme den berg nicht da natürlich da oben ist einer und ich komme nicht hoch in die und ich komme zu dir ich komme zu dir ich heile mich denke ich war eben wie hat es funktioniert wunderbar das war jetzt schmerzvoll ich habe dein geschütz habe ich gemacht ich sehe nichts mehr ich bin alle tot glaube ich oder eventuell ja ich habe noch eine kleine es bist du hier oben drauf ich komme zu dir versucht dir zu helfen aber das wäre wunderbar könnte zu knapp werden oder das schon ich hoffe immer noch dass ich rechtzeitig regenerieren du regenerierst schon ok ich habe definitiv jetzt besser das heißt elf drücken ich wollte gerade sagen moment irgendwie bin ich falsch regeneriert mit einem treffer macht er 15 prozent schaden und ich mache es kamikaze aktion weil es mit hoher hilfe das klickste was ich machen konnte aber mein fertig genau schießen weg wir waren ganz kurz ineinander drinnen so richtig verpackt habt euch ganz lieb gehabt ja und der tesla bogen hat nichts gebracht als er das waren das war das glaube ich dann gut zu nur kalüchen ich muss ganz dringend weg ich habe noch eine besorgung zu machen nein das war nichts also ums eck rumstehen irgendwie vier stück von denen und einer kommt direkt noch hinter dir ja einer fällt ja mitten in den rüben rein keine wikinge hier mit seiner get link der trifft auch nix okay hilfe mal da hinten aus irgendwie habe ich das gefühl dass genau die waffen die ich benutze von absicht schwächer gemacht worden sind und die waffen die ich nicht benutze stärker gemacht worden sind es kann gut sein ja so ein komisches gefühl dass irgendwas nicht so mit rechten dingen zugeht aber wenn wir das jetzt schaffen könnte das wäre super da kommt wegschießen als wir zur mitte gehen gleich sollte dingen spawnen es gibt sogar ein stupendliches ich stelle mich noch vorhin dann kann ich nicht wegfahren läuft jetzt passt in der luft so sollte jetzt sofort fahren ja dann schnappen wir uns hier doch jetzt einfach mal ja komm energiekern auch energiekern jetzt sagt er hat doch nicht so viel gebracht wie ich gedacht habe ich sind gerade alle hinter uns und neben uns jetzt haben wir zwei punkte eingenommen und jetzt sind wir in führung schon was passiert mit meinem roboter ich habe keine ahnung au 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 kann er zur hilfe ich schieße zu hoch ich schieße definitiv zu hoch ja sorry ich war nicht schwer genug macht nix macht nix aber du wirst auch gerade von zwei seiten angegriffen ich bin da unsere kollegen beschweren sie auch schon zwei die mal schrott finden sind ich meine ich verstehe schrott finden sind mächtig und alles drum dann aber sind aber auch so sauteuer zu kaufen ich bin jetzt mal ganz dreist und versuch den hinteren punkt zu bekommen ja mach mal ich versuche den mittleren punkt wäre nämlich das perfekteste wenn wir beide gleichzeitig bekommen könnten nicht du nicht du alles nicht du bist du ewig nicht gelöst nein natürlich oh meine goete wo sind die anderen eigentlich was machen die für so eine volle sache sind gerade am hinteren einer ist afk in der base oder was er ist einfach afk in der base das ist nicht ganz afk weil er bewegt sich also der sitzt noch vor dem pc aber jetzt gelieb ich mal da das war sogar schon er steht da nur und macht nix gibt es ja hier könnte ich mich angreifen wenn du wolltest ich weiß alles drin natürlich die weggang gegen daneben warum soll ich sie auch treffen ist eine raygang das ist einfach ein nein nein oh gott der nächste ah komm schon nein 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 wir Ja definitiv, oh Gott. Ich kann gleich den vorderen Punkt wieder einnehmen. Ich nehm den Hinterhandpunkt ein. Was? Du bist gerade einen da hinten. Wunderbar, mach weiter so. Mach weiter so. Wo ist er hin? Ach Hallöchen. Der hintere ist auch gleich eingenommen bei uns. Ja, ich hab dich mal noch eingenommen. Ja, das können wir noch schaffen. Oh Gott, der hat mich weggeschmissen. Der Kollege hat mich weggeschmissen, ich glaube ich spinn. Jetzt könnte man, wenn einer schnell ist und einen schnellen Roboter hat, könnte er schnell zum Gegnerbasis fahren und ein paar kaputt schließen, ne? Aber das, äh, das ist schon 196 Prozent, verstehe ich nicht. Also ich glaube, irgendwas stimmt nicht mit dem Spiel. Ja. Und wer der eine, der AFK gewesen ist, hätte er ein bisschen mitgespielt. Hätten wir es gewonnen. Ich glaube, das war dieser Terracotta. Glaube ich, ich weiß nicht, wer das war, aber doch der war das. Ein bisschen mehr gemacht. Der hat am Anfang mitgespielt, aber am Ende hat er gesagt, öh, wir verlieren, öh, öh, ich mach jetzt aus. Ich gehe jetzt einfach auf, klar. Und da ist halt armselig, finde ich irgendwie. Das muss echt nicht sein. Vor allem, wir hätten ihn wirklich gewinnen können. Mhm. Dann hätte er lieber direkt disconnected. Dann hätten wir wenigstens so einen Buff bekommen. Dann wären wir ein bisschen stärker gewesen. Ich liebe ihn gerne gewesen. Okay, ein Sieg, wunderbar. Und ich bin Stufe 133 sogar geworden. Ja, ein Sieg, zwei Niederlagen. In dieser Aufnahme-Session. Hm, ne, genau andersrum. Zwei Siege und eine Niederlage. Zwei Siege? Das erste war ein Sieg. Danach haben wir verloren. Jetzt haben wir nochmal gewonnen. Ne, wir haben verloren. Wir haben verloren. Wir haben jetzt gewonnen. Nein, bei mir steht besiegt. Ach, war es genau unter Strom? Ja, wir haben verloren. Ach so, ich habe die ganze Zeit gedacht, wir hätten gewonnen. Nein! Darum sage ich ja, wer mitgespielt hat, hätten wir wahrscheinlich gewonnen. Ach so, und ich habe gerade verstanden, besser gewonnen habe ich gedacht. Ja, gebe ich dir recht, der hat mal früher gewonnen. Ah, oh man. Ne, 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 ne. Du hast, du könntest die Niederlage so nicht akzeptieren, dass du einfach von einem Sieg ausgegangen bist, ne? Genau, ich, das Wort Niederlage gibt es bei mir nicht im Wörterbuch. Genau. Gut. Du darfst abmoderieren. Ich darf abmoderieren. Dann hoffe ich zusammen, ihr hattet alle viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal mit dabei sein könntet. Bis dato macht es gut und wie immer. Tschüss. Tschüss. Tschau.